Ja, was meinst du, wie soll sich denn ein Unternehmen der KI nähern? Eine wichtige Fragestellung aus meiner Sicht ist zunächst mal die über die KI hinaus auch darüber nachzudenken, wie sieht eigentlich mein Geschäftsmodell zukünftig aber auch heute aus? Inwieweit spielt Digitalisierung, spielt auch der Charakter eines datengetriebenen Unternehmens eine Rolle? Inwieweit möchte ich Entscheidungen stärker automatisieren, möchte andere Produkte und Geschäftsmodelle verproben und umsetzen? Wenn ich diese Fragestellungen angegangen habe und den Rahmen gelegt habe, dann kann ich konkreter über KI nachdenken. Genau, und konkreter heißt dann eben auch, dass man in die Dinge etwas detaillierter reinschaut. Beispielsweise, wo gibt es sehr viele manuelle Aufwendungen, die sehr viele Daten bearbeiten. Das ist für uns immer so ein Kriterium, sich so einen Prozess genauer anzuschauen und sich genauer anzuschauen, ob an genau einer solchen Stelle nicht eine KI-Methode sinnvoll wäre. Ich finde sogar, in Kombinationen macht das besonders viel Sinn, das eine tun, das andere nicht lassen, um erste Erfahrungen mit KI zu sammeln und gleichzeitig darüber nachzudenken, inwieweit hat denn KI größere Auswirkungen auf mein Unternehmen und mein Geschäft. Genau, da hast du recht.